Ich rufe auf zur Zauberzeit. Zur Zauberzeit der rauen Nächte. In dieser Zeit ist es weit mehr als ein Hinausschauen und Orakeln fürs kommende Jahr. In diesen zwölf heilen Nächten liest du noch einmal den Weg der Initiation zu dir. Und gleichzeitig siehst du ins neue Jahr, wenn du Seher oder Seherin bist. Du kannst viele Bücher über Rauhnächte lesen, aber kannst du sie fühlen? Kannst du spüren, wie jeder Monat mit deinem Leben zusammenhängt, der kommt? Und wie du selbst die Qualität erbitten, ja bestimmen kannst und erfahren kannst, welche Kraft zur Seite stehen wird. Und das, was dann geschieht, gut zu nutzen. Die rauen Nächte, die raue Zeit zwischen der Wintersonnenwende sei bereit. Natürlich halte ich mich an den Sonnenstand, nicht an einen Kalendermann. Ich bin Seidkona, Wölva-Heidin. Ich bin der Freier-Geweiht seit so vielen Jahren. Warnen, Warnen, Warnenvolke treu. In dem meine Uranen sich ergeben und mit diesen Uranenkräften ist Magie möglich. Auch in den rauen Nächten möchtest du dabei sein? Möchtest du Teil sein der Zauberei? Möchtest du selbst erfahren, was möglich ist? Dann lade ich dich ein. Mein Kurs Zauberzeit der rauen Nächte, musst du wissen, den kannst du bei dir zuhause machen, denn das ist mir wichtig. Nimm dir zwölf mal Zeit für dich, sei zwölf mal ganz tief und verbunden mit allem was ist. Lass dich von mir führen durch die raue Zeit und schau nach, was dein Jahr hält bereit. In meinem Rauhnachtkurs, oh es klingt so üblich, aber das ist es nicht. In meinem Rauhnachtkurs wirst du durch deine Lebensthemen geführt und durch die Monate des kommenden Jahres. Du wirst sehr viel eigenmächtig entscheiden dürfen, dich der Magie zuwenden, die in dir und aus dir kommt. du wirst jeden Tag von mir eine ausführliche Datei bekommen zu dem Thema, um das es geht und mit der Bitte dabei zu sein. Du wirst Video-Links und Soundcloud-Links erhalten, die nur für diese Zeit bestimmt sind. Und vielleicht können wir uns innerhalb dieser Zeit auch einmal in der virtuellen Welt treffen, zu einem Online-Thing. Sei dabei, du bekommst am Tag der Wintersonnwinde einen Brief zur Einstimmung, von da an zwölf Nächte zwölf Monate lang, jeden Tag einen weiteren. Wenn du magst, kannst du dich mit auf der dazugehörigen WhatsApp-Gruppe austauschen und zum Online-Thing gerne Fragen mitbringen. Bist du bereit zu zaubern für dich, für dein kommendes Jahr? Gut, dann sei da! Du findest alle Informationen zu meinem Raunachtkurs auf meiner Homepage www.runenhex.de und auf Facebook auf der Runenhex-Seite. Da sind Veranstaltungen dazu gelistet, also die Veranstaltung Zauberzeit der Rauen Nächte. Wenn du dich da meldest, dann kann ich dir auch weiterhelfen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir auch gerne. Ich möchte dich begleiten und ich möchte, dass du erkennst, dass diese Rauen Nächte weit mehr sind, als ein bisschen räuchern und eine Karte oder Hunger ziehen. Das ist weit, weit mehr. Sei dabei! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.